So, hallo ihr Lieben, ja ich bin jetzt gerade mal gesprungen und habe per Zufall dann wirklich ein Frachterkampf gefunden. Ich habe vorher nicht abgespeichert. Ihr seht, hier tobt der Frachterkampf. Ich fliege jetzt in die Raumstation. So, kurz abspeichern. Und wieder raus. Ja, die Hürfe an und auch über diesen Argettenwerfer. So. 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 Ja, das ist ja gut. Und wieder verstecken sie sich schön über dem Frachter, damit man schön auf dem Frachter schießt. Na komm schon. Jetzt aber. Und noch drei. Nein. Das ist so ein bisschen was, dass ich noch nicht mehr ein habe. Nein. So, das war's wohl. Wo ist der Eingang? Hier speichert er ja nicht, weil es ein fremder Frachter ist. Upsa, wo bin ich da? Wo bin ich da? In dem Fall ein B-Frachter, den wir ab und speichern neu. Und sprühen raus und speichern neu. Und Notfallkommunikationserrichtung. Also wie ihr seht, bei mir klappt das einwandfrei. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann! 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 Bis dann!